Das wird noch verdammt anstrengend. Welche Richtung dreh ich mich am besten? Oh nein, ich hab Neptun nicht umgedreht. Okay, wen schicke ich rüber? Wen schicke ich rüber? Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, warum sie gerade nicht agiert hat, aber das ist nicht gut. Lass uns gehen! Die Brücke steht. Die Treppe steht! Die Treppe steht! Hier? Es ist okay, doch. Es ist okay. Noa kümmert sich einfach um das Vieh hier. Let's find. Let's find. Ihr dürft nur nicht zusammenstehen. So, Tiara. Bereite dich schon mal vor, hoch zu gehen. Okay, okay. Ich weiß nicht, was ich tun soll. I'm at these games mercy. Okay, es war kein Crit. Nein! Zum Glück hieß es nicht, dass Noa... Dass es eine Kondition ist, dass Noa nicht besiegt werden darf. Das hätte ich jetzt absolut verkackt. So, Not für alle Fälle. Falls ihr aufräumen müsst. So. So, 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 so. Okay. Wie weit hoch kommst du? Die Frage ist, reicht das? Reicht das? Das würde sogar reichen. Scheiße. Reicht... Oh, move! Items are meant to be used, no? Yes, indeed. Nein! I'm... Nein, 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 nein. Okay, sie lebt noch. Sorry, das musste ich... Ich war gerade zu aufgeregt. Ich musste das wegklicken. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay. Keine Panik. Keine, keine verschissene Panik. Du bist gewaffnet mit Int und Mentality. Okay, gut. Gut, 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 gut. Das ist, das ist super. Oh Gott, oh Gott. Okay. Okay. Ich gehe mit dem Flow. Flow, entledige dich bitte diesem Vieh hier. Und zwar jetzt endgültig. Reicht das? Ja. Töte es. Okay. Ein Problem weniger. Ein Problem weniger. Okay. So. Tiara? Everything's fine. Okay. Anshis ist nicht schlimm. Das verhindert nur, dass wir kontern können. Ich habe mich jetzt nochmal eingelesen in die ganzen Sachen. Okay. 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 Kiwi! Fury Form complete! Okay. Leave it to me! Nicht nah genug dran für ein Explosive Awakening, ha? Leave ya! Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Here I go! Okay. 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 Das Problem ist folgendes. Ich kann... Ich kann nicht, wollte ich sagen. Aber doch, ich kann. I should use this now. No turning back! So, und damit wir unseren Lily-Rank wieder vollkriegen... Zumindest so ziemlich, ich glaube, wir sind jetzt bei 90, kann das sein. Ja, und genau das hatte ich befürchtet. Nichtsdestotrotz, du gehst hier hoch. Wie viel Mana kostet das? Das ist der stärkste Spell, den wir haben. Nein, das ist die schwerste Mission, die wir bisher hatten. Ist das wirklich okay? Geil. Das wird uns bestimmt helfen. So ein schöner kleiner Stat-Boost. Okay. Bitte kümmere dich um die, die hier unten sind. Oh mein Gott. Ist es schade um Wirt? Ist es schade um Wirt? Oh nein, Tiara wird auch getroffen. Oh mein Gott. Tiara hat nur 95 Schaden bekommen. Tiara hat nur 95 Schaden bekommen. Okay, 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 that's fine. Here I go. Blur, auf die, auf die Fersen mit dir. Better use this. Okay, that's, so, that's totally fine, that's totally fine. This will help. Let's recover. That's cool. That's cool. No turning back. Mach dich schon mal bereit. Leave it to me. Du ebenfalls. Tiara, bewege dich hier hin. We're just getting started. Es wird nicht killen. Aber ich muss es trotzdem machen. Alright, here it goes. My full strength. Gut, 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 gut. Wie viel der Piazi noch? Okay. Okay. Oh, may I eat every last morsel? Oh, ich hab grad ihre Augen gesehen. Das macht nicht viel. Besser als nichts, I guess. Don't underestimate my heavy fist! Okay. I am the wind! Here I jump, 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 jump! Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. viel mana hast du nicht viel das kannst du benutzen das kannst du noch mal benutzen okay 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 nichts ist okay absolut gar nichts ist okay das würde gut schaden machen das auch oh mein gott vielleicht kann ich sie runter schlagen wir stehen alle viel zu sehr auf einem platz habe ich habe keine andere wahl hat es noch weg oh mein gott es hat not big wait it's actually fine strengths and agility up okay we buffen wir buffen blau wir buffen wir buffen blau arreise explosive awakening scheiße wow is it all right to consume you i won't hold back then bon appetit oh my god oh mein gott und lass mich raten und sie hat sich für den schaden sogar geheilt den sie uns gemacht hat okay yeah that's that's the end that is the end this is how everything will end now oh wait wait a minute sie hat keine sp mehr sie hat keine sp mehr guys sie hat keine sp mehr okay das waren ihre letzten sp so ich muss nur dafür sorgen dass ich voll geheilt bin ich muss nur dafür sorgen dass ich voll geheilt bin um ihren angriff ihren einen nochmal zu überleben so du hast jetzt nur normale angriffe was machst du okay ja nice i could do this actually oder ich gebe mir nochmal einen sp charger better use this ha nice oh was machst du jetzt was machst du jetzt ich meine du hast immer noch deinen ultimate aber so wie es aussieht kann blau den überleben von daher vielleicht kriegst du ja bonusschaden wenn ich sie runter werfe konnte schade das war wohl zu viel verlangt ich sehe es ein bonusschaden na nur ich kriege bonusschaden wenn ich irgendwo runter falle i see i see was oh no is it all right okay okay that's fine that's fine that's totally fine will this item do it okay ich habe drei ich habe vier runden glaube ich bis sie wieder ihren ultimate macht got it got it was ja wie gut dass ich mich geheilt habe oh es trifft mich sogar hundert prozentig aber dass dich auch mein gott dass ich das blau so wenig ist es wert man konnte jawohl 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 hoch 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 Boah! Seid ihr ein Sub-Bandit? Tansurin Trombeck! Komm Blau, Kritte für mich! Kritte für mich! Okay, es war sogar weniger Schaden als gerade. Ich glaube, sie hat ihren Willen zum Kämpfen verloren. Das ist aber auch eine Scheiß-Situation für sie gerade. Echt jetzt! Danke! Wow, jetzt greift sie an. Konter? Oh yes! Tschüss! Oh, das musst du mir nicht sagen! Oh Gott! 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 Ich werde nicht verlieren. Nicht mit allen, die mich auf mich verliehen. Zu einfach. Ich muss was trinken. Ich muss was trinken. Dringelnd. Okay, weiter geht's. Na ja, du hast fast mein Squad ausgelöscht. Das ist es. Bereit, um uns zu helfen? Ich glaube, ich könnte dir meine Unterstützung für ein klein, klein bisschen. Seitdem du gebeten bist. Wow, danke für deine selbstverständliche Aktion. Es wird die Leben der vielen jungen Menschen. Jungen Menschen. Oh. Es wird die Leben der vielen jungen Menschen schützen. Äh, naja, sieh. Du musst mich nicht schlafen oder was. Warte. Warte. Du hast diese... Du hast das nicht... Okay. Haltet alle den Mund. Kommt schon. Was ist mit den CPUs selber? Warte. Was ist mit den CPUs selber? Das ist alles? Wir haben keine wesentliche... Defeats up? Really? Oh, really? Is that a thing now? Okay. Fine. Win is immer noch nicht da? Nee. Okay. Gut. Cool. Ich werde meinen Sieg genießen. Und zelebrieren. Und... Well. Bis dann. Tsch... Tschüss. Gott war das awesome!